hallo und es kommt zu einer weiteren folge rainbow six sieges special ja ich nehme ruck und jetzt werkt man schon sie haben den bildschirm den ich jetzt habe geändert vor haben wir gesehen ja alles ist sie haben das ganze hier geändert sieht auf jeden fall cool aus hier sieht man kameraden was die alles dabei haben und wir spielen jetzt auf der neuen map ja wir spielen auf eine neue map ich hab noch mal schnell hallo ist eine neue map am dienstag kam das update raus von rainbow und hier oben sieht man es ganz schön dass er ladet früher ich steh mal hier unten laden beendet lädt noch gestanden und jetzt hier sieht man los geht's mit dem fall die map ist ja wenn sie ja hin also hier ist man direkt rassen sehr eingängig gemacht aber ich finde sie schön grafiktechnisch einfach so krass die wissen hier sind die besten frische westen und dann schauen wir mal was passiert ich habe die märkte noch nie gespielt das erste mal erst einmal das spiele also ja die märkte dann schauen wir mal wo sie kommen schon erwischt ich habe schon erwischt ich habe schon eine hier ist auch geändert wurden zehn meter entfernt kommt hier das war mir schon klar kommen hier die kommen hier ganz klar falsche Idee WTF hier ist er offen die kommen nicht mehr her die kommen hier ich habe ihn auch noch gesehen ich habe ihn auch noch gesehen ich habe ihn auch noch gesehen schön hier sieht man halt eben die ganze Ausrüstung Fuse was der dabei hat bleibt bei ihr dicht natürlich ja schön an der Menschen geboren obwohl das andere ein bisschen also ich fand das andere fast noch schöner modern ist es halt geworden jetzt ist es halt modern so und jetzt sieht man es mal das ganze das sind mehrere Gebäude ich weiß gar nicht wo man rein sollte das ist doch krass geh hier mal rein ne wir sind im richtigen Gebäude wir müssen nur ein Stück drauf wo ist die Treppe ach hier ach hier oder nicht aber das ist what the fuck beide daun 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 schießen doch daun oh lol schon gut und hier problem mit hat nur noch 50 hp werde ich nicht überleben von wo doch bei der bombe naja nehm mir auch nehm mir auch gut gut aber in diesem seien meine lieben freunde möchte ich mich verabschieden einfach verleihen ab mit diesem special dann lass mal ein like da schreibt doch ein nächstes kommentar bis bald tschüss tschüss